Wie schön, dass ihr wieder dabei seid zu diesem 11. Vertiefungsvortrag mit dem Titel Entgegen dem damaligen Trend 45 Minuten heilsame Lehre. Und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir in der Vertiefung nochmal in diese Vision schauen wollen, die Ellen am 6. Juni 1863 bekommen hatte, nämlich ihre Gesundheitsvision. Und der Ort war in Nordsego. Die Vision dauerte 45 Minuten an und die Frage ist, ob wir vielleicht bis heute von dem, was sie damals gesehen hatte, profitieren könnten und was wurde ihr eigentlich gezeigt, was letztlich so revolutionär zur damaligen Zeit war. Gehen wir zusammen hinein in die Vision. Ihr wurde gezeigt, dass unser Körper nach Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir diese Gesetzmäßigkeiten, wenn wir dieses Regelwerk einhalten würden, würde Gesundheit daraus resultieren. Wenn wir aber dieses Regelwerk übertreten würden, dann wäre die Folge Krankheit. Das war ein erster Punkt, den sie gesehen hat. Und damit wäre Gesundheit und Krankheit keine Laune der Natur und außerhalb unseres Einflussbereiches, sondern Gesundheit, aber auch Krankheit wäre das Produkt unserer Entscheidungen, die wir selber treffen können. Das heißt, Übertretung der Naturgesetze mit anderen Worten führt zu den heutigen Krankheiten und auch zu den heutigen Degenerationen. Viele, heißt es darüber, sind verwundert darüber, dass die menschliche Rasse physisch, geistig und moralisch so degeneriert ist. Jetzt sagt sie, sie verstehen aber nicht, dass es an der Übertretungen der Satzungen und Gesetze Gottes liegt und der Übertretung der Naturgesetze, die solche Degeneration hervorgebracht haben. Mit anderen Worten, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gott schuf auch das Lebensumfeld, in das er den Menschen setzte, nach den Bedürfnissen des Menschen. Und damit ist der Mensch, aber auch das Lebensumfeld miteinander verzahnt. Das würde bedeuten, dass wenn wir einem richtigen Lebensumfeld ausgesetzt sind, das heißt, wenn Lebensstil und Lebensweise zu den inneren Gesetzmäßigkeiten unseres Körpers passt, dann würde Gesundheit und auch der Erhalt der Gesundheit die Folge sein. Würde angeben, aber würde hingegen wir einem falschen Lebensumfeld, falschen Lebensstil und einer falschen Lebensweise ausgesetzt sein, würde im Umkehrschluss Krankheit und der Verlust der Gesundheit die Folge sein. Und das war neu im neunzehnten Jahrhundert und den Menschen zuvor so nicht bewusst. Im neunzehnten Jahrhundert waren die Menschen komplett darüber in Unkenntnis über die Ursache von Krankheiten. Und nicht nur das, sondern sie wussten noch nicht mal, dass Krankheiten überhaupt eine Ursache haben. Das heißt, sofern die Naturgesetze übertreten werden würden, würde Gott, weil wir uns ja bewusst dagegen entschieden haben und bewusst damit für Krankheit entschieden haben, dann kein Wunder wirken, um uns die Gesundheit wieder zurückzubringen. So schreibt sie, viele erwarten, dass Gott sie vor Krankheit bewahrt, einfach deshalb, weil sie ihn darum gebeten haben. Und jetzt das große Aber, aber Gott erhört ihre Gebete nicht, weil ihr Glaube nicht durch Werke vollkommen gemacht wurde. Gott wird kein Wunder wirken, um solche vor Krankheiten zu bewahren, die nicht für sich selbst gesorgt haben, sondern andauernd die Naturgesetze übertreten und keine Bemühungen gemacht haben, um die Krankheiten zu verhindern. Das heißt, die Übertretung der Naturgesetze würde zu Krankheiten führen. Und dies ist auch für uns und für alle Christen zu allen Zeiten eine geistliche Lehre, weil wir doch auch wissen, dass die Übertretung des Moralgesetzes, das heißt Sünde, letztlich ihre Konsequenzen, das heißt, den Tod haben würde. Und das Gleiche trifft zu, nicht nur bei der Übertretung des Moralgesetzes, sondern selbst auch bei der Übertretung der Naturgesetze, nach denen wir strukturiert sind, wenn wir diese übertreten, wird Gott auch kein Wunder wirken. Genauso wie er kein Wunder wirkt, wenn wir sein Moralgesetz übertreten. In beiden Fällen müssen wir für die Übertretung des Gesetzes, das Gott geschaffen hat, die Konsequenzen dafür tragen. Wenn wir alles tun, schreibt sie weiter, was in unserer Macht steht, um unsere Gesundheit zu bewahren, dann können wir erwarten, dass die gesegneten Resultate folgen werden. Dann können wir Gott auch im Glauben darum bitten, unsere Bemühungen zur Bewahrung der Gesundheit zu segnen. Wenn sein Name dadurch verherrlicht werden kann, wird er unsere Gebete, und zwar unter dieser Prämisse, dann beantworten. Das heißt, Gott ist sehr wohl imstande, Wunder zu wirken, ohne großen Aufwand. Aber die Bedingung dafür muss sein, dass wir alles getan haben, was in unserer Macht steht. Und dazu gehört auch, dass wir uns nach den Gesetzmäßigkeiten richten, nach denen wir aufgebaut und geschaffen und letztlich erhalten werden. Der Glaube zu Zeiten von Ellen White war hingegen, dass Krankheiten ein Zeichen des Missfallens Gottes sind. Und mit diesem Glauben, mit diesem Aberglauben, mit diesem Vorurteil Gott gegenüber hat Ellen mit ihrer Vision aufgeräumt. Alles das, was wir gerade lesen, war das Licht, was ihr im Jahre 1863 gegeben wurde. Das heißt, Ellen korrigiert diesen Punkt und sagt, nein, Krankheiten ist nicht das Zeichen des Missfallens Gottes. Krankheiten ist das Zeichen eurer Übertretungen. Letztlich wäre der Mensch Haushalter über den Körper, den Gott uns und ihn gegeben hat. Entweder sind wir gute Haushalter oder wir können auch schlechte Haushalter sein. Das heißt, unser Körper ist ein geliehenes Gut und einst werden wir diesen Körper zurückgeben müssen und werden dann die Verantwortung dafür tragen, in welchem Zustand wir diesen Körper zurückgeben. Wir tragen auch diesen Punkt hier in unserer Liste ein. Das heißt, ein weiterer Aspekt, den wir hier noch beleuchten können, ist, dass der Zustand unseres Körpers letztlich unsere Beziehung zu Gott beeinflusst. Das sollte auch für die Kritiker, vielleicht für solche, die nicht ganz so offen sind für einen gesunden Lebensstil, wenn sie gläubig sind, doch davon überzeugen, auch diesen Körper gut zu halten, weil sie daraus eine bessere Beziehung zu Gott haben werden, als wenn sie krank sind. Das heißt, ein guter Körperzustand würde in einer eher gesünderen Beziehung auch Gott gegenüber resultieren. Ein kranker Körperzustand würde es hingegen uns eher schwerer machen, eine innigliche Verbindung mit Gott zu haben. Und unser Körperzustand wird letztlich auch dadurch bestimmt, wie wir uns ernähren. Schauen wir uns auch das näher an. Unmäßigkeit im Essen und Trinken und die Nachgiebigkeit zu den niederen Leidenschaften hat die feinen Sinne betäubt. Hier ist die Verbindung zwischen Lebensstil, zwischen Essen und dem Glauben, sodass heilige Dinge auf eine Stufe mit gewöhnlichen Dingen gestellt werden. Wenn dem Appetit keine Zügel angelegt werden, werden, wie bitte, geheiligte Dinge nicht mehr wahrgenommen. Das heißt mit anderen Worten, schlechte Gewohnheiten würden zu einem schlechten Körperzustand führen, letztlich zu Krankheit. Dies würde dazu führen, und auch das war neu, dass wir geistlich desensibilisieren würden und damit unsere Beziehung zu Gott geschwächt wäre, weil Gott es viel schwieriger hat, mit uns in Kontakt zu treten. Wir werden damit für den Geist Gottes unempfänglicher. So heißt es weiter über Nadab und Abihu. Sie betäubten ihre Sinne durch das Trinken von Wein und verloren so ihre Wahrnehmung heiliger Dinge. Daher brachten sie gewöhnliches Feuer dar. Gott entschuldigte dieses Fehlverhalten nicht dadurch, dass ihr Gehirn ja in Mitleidenschaft gezogen war, aufgrund der Betäubung. Nein, das hat er nicht getan. So kam Feuer vom Himmel und verzerrte sie in ihrer Sünde. Wie erfolgt letztlich die Kontaktaufnahme des Himmels mit den Geschöpfen, mit uns Menschen? Nummer eins durch die Augen. Gott kann durch das, was wir sehen, zu uns sprechen und sich uns offenbaren. Wir müssen sagen, das ist seltener. Das wäre in der Regel eine Vision. Und dann ist es, dass Gott über den Hinterhauptlappen, wo das Sehzentrum sitzt, mit uns kommuniziert. Er kann auch Nummer zwei über die Ohren mit uns kommunizieren, dass wir wirklich eine Stimme hören. Auch das wäre eher seltener, auch in der Regel in einer Vision. Dann ist es, dass Gott über das Hörzentrum im Scheitellappen mit uns in Kontakt tritt. Und nun der Punkt. In aller Regel tritt Gott mit uns in Kontakt über die Hörnerven. Und zwar fast immer, wie macht er das? Über das Gewissen, dass er uns bewegt und unser Herz, wie wir so schon sagen, biblisch gesprochen, bewegt zur Buße, zur Reue. Aber was ist das in Wirklichkeit, was die Bibel als Herz nennt? Das ist ein Teil des Gehirns. Und zwar der sogenannte präfrontale Kortex im Frontallappen, wo unser Gewissen, unsere Entscheidung, unsere Persönlichkeit, unser Charakter sitzt. Und darüber kommuniziert Gott mit uns und bewegt uns und beeinflusst uns durch seinen Heiligen Geist. Wollen wir diesen Teil des Gehirns doch wirklich aufrecht und in guter Gesundheit erhalten, weil wir den Rest des Körpers gut pflegen, damit Gott über diese Verbindung mit uns in Kontakt treten kann. Und Satans Wunsch ist genau, diesen Bereich zu schwächen. Das heißt, er möchte die Hirnnervenkontaktaufnahme stören, weil nur darüber nimmt Gott Kontakt mit uns auf, über unsere Sinne. Aber Drogen, Medikamente, Alkohol, Schlafentzug, Ablenkung, starke Reize, Belastungen, aber auch solche Dinge wie Überessen führen genau dazu, dass Gott über diesen Teil, den präfrontalen Kortex, nicht mehr richtig mit uns in Verbindung treten kann. Und damit auch die Moral geschwächt wird und sich dies im geistlichen Leben niederschlägt. Deswegen schreibt sie, einige schauen mit Entsetzen auf solche, die durch den Alkohol überwunden wurden und nun torkelnd und schwankend auf den Straßen gesehen werden. Es gab es selbst damals schon, während sie, und jetzt zeigt sie, wo eigentlich das Problem liegt, zur gleichen Zeit ihren Appetit befriedigen, wodurch ebenfalls ihre Gesundheit geschädigt. Das Gehirn, weil darüber tritt Gott mit uns in Kontakt, in Mitleidenschaft gezogen und ihr Sinn für geistliche Dinge zerstört wird. Das heißt, das ist uns sehr wohl bekannt, dass Alkohol die Geistlichkeit und unsere Geistlichkeit imstande ist zu zerstören. Deswegen in der Regel ist es so, dass aufrichtige Christen den Alkohol meiden. Aber wie ist es mit der Esslust? War uns bewusst, dass wenn wir der Esslust frönen, wenn wir dort Fehler machen, wenn wir uns bewusst überessen, dass das auch unsere Geistlichkeit schwächt? Zumindest in ihrer Zeit war das neu. Aber letztlich ist es doch so, dass die Schrift sagt es. In Johannes 4, Vers 24, da heißt es, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihm im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, auf diese Weise nimmt Gott Kontakt mit uns auf, weswegen er nicht wünscht, dass wir diese Sinne, auch durch solche Dinge wie die Esslust, dass wir diese Sinne schwächen. Das heißt, die Essgewohnheiten sind damit imstande, unsere Beziehung zu Gott zu beeinflussen. Und auf diesen Punkt geht sie im Folgenden näher ein und erklärt, was damit genau gemeint ist. Und sie fängt an mit dem Aspekt des Fleisches. Dazu heißt es, Gott gebot den Kindern Israels, ausdrücklich auf Schweinefleisch zu verzichten. Die Heiden verwendeten dieses Fleisch als ein Bestandteil ihrer Nahrung. Sehr interessant. Aber Gott verbot den Hebräern Schweinefleisch zu essen, da es schädlich war. Und jetzt der Punkt, was ihr offenbart wurde. Eigentlich gedachte Gott nie, dass Schweinefleisch unter irgendwelchen Umständen gegessen werden sollte. Das heißt, Ellen wird hier nun ganz praktisch und ganz konkret hinsichtlich der Essgewohnheiten und den Dingen, die damals schiefgelaufen sind. Und sie sagt, dass Schweinefleisch die Beziehung zu Gott beeinflussen würde. Und bevor wir dieses Zitat zu Ende lesen an gleicher Stelle, wollen wir diesen Punkt in unsere Liste einfügen. Also Gott hat nie beabsichtigt, dass Schweinefleisch gegessen wird. Und dazu vielleicht noch ein ganz kurzer Ausritt. Im Jahre 1858 kam ein gläubiges Ehepaar auf Ellen zu und hat sich dafür ausgesprochen, dass man doch auch öffentlich propagieren würde, auf Schweinefleisch zu verzichten. Und zu ihrer Zeit hat Ellen gesagt, dass sie darin noch keinen Grund liegt, noch keinen Grund sieht. Und ihr wurde sogar ein Zeugnis dafür gegeben, dass das jetzt nicht sein muss. Und es scheint so, dass Ellen hier mitgeteilt wurde, dass jetzt die Zeit dafür noch nicht gekommen war. Und sie sah dies auch, die Zeit wird noch kommen. Denn was war 1858 der nächste große Schritt, auf den sich die jungen Adventisten erstmal konzentrierten, konzentrieren sollten? Das war die Gemeindeorganisation im Jahre 1863. Und nur wenige Tage später, nachdem dies vollbracht war, erhielt Ellen ebenfalls im Jahre 1863 ihre Gesundheitsvision, von der wir gerade lesen. Wo jetzt auch die Zeit gekommen war, und zwar die passende Zeit, wo Gott sagte, jetzt ist es soweit, lasst von diesem Schweinefleisch. Das heißt, Gott möchte mit anderen Worten uns damit auch nicht überfordern. Aber lesen wir das Zitat zu Ende. Schweine, sagt sie weiter, waren durchaus nützlich. In einem fruchtbaren Land, in dem es viel gab, was auf dem Boden verrotten musste, welches ansonsten die Luft verunreinigt hätte, wurden Schweineherden eingesetzt, die frei herumliefen, um die verrotteten Substanzen zu verzehren. Also selbst diese Tiere haben einen Nutzen. Somit wurde ein Mittel geschaffen, um die Gesundheit der Menschen zu erhalten. Ja richtig, Schweine erhalten sogar die Gesundheit des Menschen. Aber doch nicht darin und dadurch, weil wir diese Schweine essen, sondern weil sie ihren von Gott gegebenen Platz und ihre von Gott gegebene Aufgabe erfüllten. Das heißt, der Erhalt der Gesundheit war auch mit dieser Kreatur vorgesehen. Aber wenn wir jetzt ihr Fleisch essen und sie doch zuvor verderbliche Dinge gegessen haben, dann müsste das doch auf unseren Organismus abfärben. Generell, sagt sie, zum Fleischkonsum unabhängig vom Schweinefleisch, Gott gab unseren ersten Eltern das Essen, das er für die Menschen als geeignet angesehen hatte. Ja, was war denn das für ein Essen? Es war seinem Plan zuwider, dass das Leben irgendeiner Kreatur genommen werden sollte. Es gab keinen Tod in Eden. Die Bäume im Garten trugen die Früchte, welche die Bedürfnisse des Menschen stillten. Das heißt, nach Gottes Plan sollte nie auch nur irgendein Lebewesen, noch nicht mal eine Fruchtfliege, seinen Tod finden. Und sie hätten genügend Früchte im Garten. Und das war das, was Gott für sie als Ernährung vorgesehen hatte. Und sofern der Garten Eden ewig bestanden hätte, dann wäre auch nie ein Tier gestorben und es wäre nie dazu gekommen, dass ein Tier gegessen worden wäre. Und selbst nach Eden war das der Plan Gottes. So heißt es, Gott gab den Menschen bis zur Flut keine Erlaubnis, das Fleisch von Tieren zu essen. Alles, wovon die Menschen hätten leben können, war zerstört. Und daher sah der Herr, ich ergänze jetzt die Notwendigkeit, Noah die Erlaubnis zu geben, von den, von welchen Tieren? Von den reinen Tieren zu essen, die mit ihm in der Arsche waren. Sonst wäre die Menschheit ausgestorben. Also irgendwas mussten sie jetzt essen. Aber Tierfleisch war nicht die gesündeste Nahrung für den Menschen. Das heißt, selbst nach dem Sündenfall sollten keine Tiere verzehrt werden. Und erst mit der Flut, wo ja Bäume und Sträucher zerstört wurden und sie jetzt irgendwas ja essen mussten, um bis die Vegetation wieder zum Leben erwacht wäre, überhaupt überleben zu können. In dieser Zeit hat Gott gesagt, gut esst von den reinen Tieren. Das heißt, ohne Flut hätte es nie die Erlaubnis gegeben, überhaupt Tiere, also reine Tiere zu konsumieren. Und selbst mit der Flut war dies nur vorgesehen für eine begrenzte Zeit. Und heute ist es so, soweit ich mich umgeschaut habe, dass es eine Vegetation wieder gibt. Also es gibt doch eigentlich gar keinen Grund, dass wir weiterhin an diesem Fleisch festhalten, weil Bäume und Sträucher und all diese Dinge und auch Gemüse wachsen doch wieder. Und denken wir doch dran, dass es heute doch sogar noch viel schädlicher ist, dieses Fleisch zu essen, weil wir heute diese Massentierhaltung haben, wir nur auf schnelles Wachstum setzen, mit Hormonen, aufgrund der enge Antibiotika einsetzen müssen. All dieser Chemiecocktail ist in diesem Fleisch mit drin. Daher ist es für uns heute noch viel schädlicher, davon Gebrauch zu machen. Warum halten wir dann daran fest? Nur wegen unserem Gaumen? Und selbst damals hat durch den Verzehr des Fleisches die Lebenserwartung rapide abgenommen. Das war vorher so nicht. Auf einmal lesen wir von 120 Jahren. Und es ging sogar noch weiter runter, wo zuvor die Menschen viel älter geworden sind. Es heißt weiter, es gibt Menschen, die behaupten, an die Wahrheit zu glauben, die keinen Gebrauch von Tabak, Tee oder Kaffee machen und dennoch durch das Nachgeben ihres Appetits in einer anderen Weise schuldig werden. Sie haben ein Verlangen nach stark gewürzten Fleisch mit reichhaltigen Soßen. Ihr Appetit ist so pervertiert, dass sie sich nicht mal mehr mit Fleisch genügen können, außer es ist in einer äußerst schädlichen Weise zubereitet. Das heißt, das Problem war nicht nur Fleisch, sondern das Problem war auch die Zubereitung des Fleisches. Beispielsweise durch starke Gewürze, die die Sinne auch betäuben würden und dazu führen würde, dass man immer mehr und immer stärkere Reize haben möchte. Dieses Licht wurde vor 158 Jahren gegeben. Und die Frage ist die, was wir die letzten 158 Jahre gemacht haben. Haben wir es umgesetzt? Haben wir unseren Lebensstil danach angepasst? Oder ist es auch bei uns so, dass Gott uns, so wie damals die Israeliten, in Ägypten befreien möchte von all diesen Dingen, diesen ägyptischen Bräuchen, diesen weltlichen Bräuchen, aber wir, so wie die Israeliten damals, einfach nicht lassen wollen und es uns sehnt zurück nach den Fleichtöpfen Ägyptens. Weiter heißt es, der Magen wird geschwächt dadurch. Die Verdauungsorgane werden strapaziert. Nachdem der Magen seine Aufgabe erfüllt hat, ist er völlig erschöpft, wodurch eine Schwäche verursacht wird. Schwäche ist vorwiegend das Ergebnis des Fleischessens. Das heißt, es war von Gott so vorgesehen. Deswegen essen wir ja überhaupt, dass Nahrung uns stärkt. Aber Fleisch heißt es hier, schwächt uns. Und daher ist die Frage, ja, was treibt uns denn dann an, dieses Fleisch und diese Lebensmittel zu essen, wenn sie genau den Sinn der Nahrung, uns zu stärken und gesund zu erhalten, einmal umkehren. Ist es der Appetit, der uns antreibt, oder sollte es nicht vielmehr der Erhalt der Gesundheit sein, der uns antreibt? Der damalige Zeitgeist war, dass Fleisch das wichtigste Nahrungsmittel überhaupt ist. Und wir sehen an der Offenbarung dieses Lichts, dass Gott sich überhaupt nicht schert um den Zeitgeist, sondern er sagt ganz absolut, was wahr ist und versucht nicht zu relativieren, weil man könnte ja irgendjemand angreifen und die Menschen könnten überrascht sein. Es passt ja auch nicht zum Zeitgeist. Gottes Wort und Gottes Geist sind so gestrickt, dass sie frei heraussagen, was die Wahrheit ist. Weil letztlich ist es einzig die Wahrheit, die uns freisetzen kann. Deswegen sollten auch wir nicht zurückhalten mit der Wahrheit, nur weil es irgendjemand nicht gefällt da draußen. Auch das können wir wieder eintragen. Und wir fragen uns, was gab es dann jetzt noch zu essen, wenn man ihnen das Fleisch genommen hatte? Dazu lesen wir, eine Reform im Essen würde eine Ersparnis in den Ausgaben und der Arbeit bedeuten. Die Bedürfnisse einer Familie können recht einfach gestillt werden, sofern sie sich mit einer einfachen, vollwertigen Ernährung zufrieden geben. Schwere Speisen schädigen die Organe und den Verstand. Mit anderen Worten, durch göttliche Inspiration erfährt hier Ellen White, dass unser Schöpfer uns einfache Kost empfiehlt. Können wir dem vertrauen? Könnte es sein, dass Gott womöglich wirklich besser weiß als die Geschöpfe selber, was für diesen Körper, den er ja geschaffen hat, die beste und zuträglichste Nahrung wäre? Oder maßt sich der Mensch an, all diese Dinge besser einschätzen zu können? So heißt es hier, wir fassen wieder zusammen, einfaches und gesundes Essen ist der Gesundheit am zuträglichsten. Und die Frage ist, was meint Gott genau mit diesem einfachen und gesunden Essen? Welche Gewohnheiten, meint Gott? Schauen wir uns auch das näher an. Mit anderen Worten, in Bezug zu den Gewohnheiten, von denen sie erfahren hat, wird sie ganz konkret und sagt, dass die Menge stimmen muss, das heißt, wie viel essen wir, aber auch der Abstand zwischen den Mahlzeiten muss stimmen. Weiter dazu, die Lösung dafür besteht darin, weniger häufig, weniger überladen und einfaches, bekömmliches Essen zu essen. Dies zweimal, maximal dreimal täglich. Zudem muss der Magen regelmäßige Zeiten haben, zu denen er arbeitet und ruht. Daher stellt auch das unregelmäßige Essen zwischen den Mahlzeiten eine äußerst schädliche Übertretung der Naturgesetze dar. Also all diese Dinge, worüber wir uns vielleicht noch nie einen Kopf gemacht haben, dass Gott auch das wichtig ist, allein, ob wir regelmäßig essen oder wie groß die Abstände sind oder ob wir drei- oder viermal essen oder ob wir zu spät essen, all diese Dinge hängen davon ab und bestimmen, ob wir die Naturgesetze einhalten oder nicht. Selbst dafür interessiert sich unser Schöpfer, weil an diesen kleinen Bereichen hängt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Und bei all diesen feinen Bereichen des Lebens hätten wir noch nicht mal über die Dinge gesprochen, wie sieht es aus mit Kaffee, wie sieht es aus mit Alkohol, wie sieht es aus mit Nikotin, sondern Gott ist hier in viel feineren Bereichen, an die wir häufig gar nicht mal denken. Das heißt, die Einhaltung der Naturgesetze würden auch dadurch bestimmt werden, ob wir weniger essen würden und würden auch darin ersichtlich werden, dass wir seltener essen. Selbst die Welt heute empfiehlt uns intermittierendes Fasten, dass wir für 18 Stunden mal unseren Körper, unsere Verdauungsorgane entlasten. Kann es sein, dass Gott schon viel, viel weiter war und damit wir auch klug werden, Jahrzehnte, bevor die Welt diese Dinge aufbringt, uns diese Dinge schon offenbart hat und wir klug wären, wenn wir einfach nur auf Gott hören, ihm vertrauen würden. Einhaltung der Naturgesetze wird aber auch davon abhängig sein, dass wir einfacher essen, dass wir regelmäßig essen, dass wir ohne Zwischenmahlzeiten essen und dass wir auch ausreichend Abstand zwischen den Mahlzeiten lassen. Nur weil es der Mode und dem krankhaften Appetit entspricht, wird der Magen mit schweren Kuchen, Torten, Desserts und sonstigen, schädlichen Speisen beladen. Der Tisch muss reich gedeckt sein, ansonsten kann der verdorbene Appetit nicht befriedigt werden. Am Morgen haben Sie häufig einen unreinen Atem, eine belegte Zunge. Sie sind nicht gesund und wundern sich, warum Sie sich mit Schmerzen plagen, Kopfschmerzen haben und diverse andere Krankheiten. Mit anderen Worten, das, was uns hier sehr bekannt vorkommt, und denken wir mal an unsere Zeit, Kuchen und Desserts und all diese leckeren Naschereien hätten nichts zu tun mit einem gesunden Essen, hätten nichts zu tun mit der Einhaltung der Naturgesetze. Und Kopfschmerzen, Schmerzen überhaupt, aber auch andere Krankheiten haben eine Ursache. Viele essen drei Mahlzeiten täglich und dann noch einmal kurz vor dem Zu-Bett-Gehen in kürzester Zeit sind die Verdauungsorgane erschöpft, da sie keine Zeit zum Ruhen hatten. So werden sie krank und verwundern sich, wie es dazu nur gekommen ist. Und wir müssen sagen, bis heute, bis zum 21. Jahrhundert, sind viele Menschen komplett unwissend über diese Bereiche des Lebens. Wie viele von uns hauen sich kurz vor dem Schlafen gehen den Bauch noch mal vor, sozusagen man könnte vermuten, aus Angst bis zum nächsten Morgen verhungert zu sein. Eine zweite Mahlzeit, schreibt sie dazu, sollte nie gegessen werden, bis der Magen nicht genügend Zeit gehabt hatte, die Speise der vorherigen Mahlzeit zu verdauen. Wenn eine dritte Mahlzeit überhaupt gegessen wird, dann sollte diese leicht sein und einige Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen erfolgen. Auch dieses Licht hatte sie bekommen. Das heißt, Gottes Wunsch war, dass die Physiologie des Körpers, wie wir funktionieren, sich widerspiegelt in dem, wie wir leben, dass beide wirklich zusammenkommen. Aber die Realität ist doch, dass unser Essverhalten vielmehr bestimmt es, anstatt durch die Gesetzmäßigkeiten und den Anfordernissen unseres Körpers von unserem Appetit und auch durch vielleicht die Sonderangebote beim Bäcker, vielleicht den neuesten Kassenschlager, vielleicht der überzeugenden Werbung für dieses oder jenes Produkt oder von den Farbstoffen, den künstlichen Geschmacksverstärkern, dass vielmehr diese Dinge es sind, die unsere Entscheidungen beeinflussen. Die Arbeitsweise des Magens ist folgende, nämlich er braucht zwei Stunden, um das, was wir gegessen haben, zu denaturieren. Das heißt, es zu zersetzen. Er braucht insgesamt nach dem Essen zwei Stunden zum Denaturieren, insgesamt vier Stunden, bis der Magen mit dem, was wir gegessen haben, sich entleert hat und danach eine Stunde, um sich zu erholen. Also zwei Stunden, dann haben wir vier Stunden voll und dann die fünfte Stunde und danach kann wieder nach der Erholungsstunde gegessen werden. Jetzt der Punkt, sofern wir innerhalb der vier Stunden, die es ja braucht, bis der Magen sich entleert, etwas neu hin drauf essen, weil wir zu früh essen, weil wir Zwischenmahlzeiten, also Snacks, wie es so schön heißt, einlegen, dann dauert die Entleerung des Magens schon statt vier Stunden neun Stunden. Das haben Untersuchungen ergeben. Wenn wir in dieser Zeit der neun Stunden jetzt nochmal drauf essen, dauert die Entleerung bereits 13 Stunden, bis der Magen sich entleert hat. Auf diese Weise erschöpft der Magen langfristig und wir wundern uns, warum es so schlecht geht und warum wir so kränklich und so schwach werden. Außerdem entstehen Gehrungsprozesse, Fäulnisprodukte durch diese hohe Körpertemperatur bei neun Stunden, bei 13 Stunden, die dann aufgenommen, ans Blut abgegeben werden und dieses System verunreinigen und belasten. Daraus kann keine Gesundheit erfolgen. Die heutige Medizin ist praktisch über solche Dinge komplett im Unwissen hin. Und den Beweis können wir doch darin eigentlich sehen, wann wurden, wurdest du vielleicht, wann wurden wir das letzte Mal über solche Dinge aufgeklärt bei einem medizinischen Gespräch. Wann wurden wir nicht nur beim Arzt, sondern selbst in der Schule darüber aufgeklärt? Warum haben wir diese Dinge nie in der Schule gelernt, wenn sie doch so entscheidend daran beteiligt sind, ob unsere Gesundheit beibehalten wird? Haben wir jemals von einer Diagnose erschöpfter Magen etwas gehört? Wir thematisieren diese Dinge gar nicht. Aber genau das war das Licht, was Ellen erhalten hatte, nach göttlicher Vorsehung. Von daher scheint es vielleicht kein Zufall, dass wir heute diese Dinge gar nicht mehr besprechen, weil aus ihnen wirklich Gesundheit resultieren kann und vielleicht das heutige System gar nicht möchte, dass wir wirklich ganz gesund sind und unserem Schöpfer dienen können. Bei unseren Therapien, die heute massenhaft angewandt werden, da wird erstaunlicherweise nichts an der Ernährung, nichts an dem Lebensstil, nichts an dem Trinkverhalten, nichts an dem Schlafverhalten, nichts an dem Bewegungsverhalten, nichts an all diesen Dingen geändert. Und das, was man uns gibt, sind einfach irgendwelche bunten Pillen, mit denen schiebt man uns nach Hause, in dem Glauben, dass diese uns helfen sollen, ist unser Körper so gestrickt? Zu häufiges Essen heißt es weiter und dies mit noch zu großen Mengen überbeanspruch die Verdauungsorgane. Das Blut wird unrein. Wer hat uns das jemals erzählt heute? Und Krankheiten der unterschiedlichsten Art treten auf. Man ruft nach einem Arzt, der irgendein Medikament verschreibt, welches vorläufige Erleichterung liefert, aber die Krankheit nicht heilt. Und das ist der Punkt. Die Erscheinung der Krankheit ändert sich vielleicht, aber das Böse, schreibt sie, nach göttlicher Inspiration, ist verzehnfacht. Meinen wir, auf Gottes Kalkulation, hier ist der Faktor 10 erwähnt, vertrauen zu können? Mit anderen Worten, die Ursache für zahlreiche unserer Krankheiten heute laut Inspiration liegt auf der Gabel. Und ist es Zufall, dass dieser Bereich daher von der heutigen Medizin eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt wird und das, selbst wenn ich ins Krankenhaus mal muss, weil es mir nicht gut geht, da genau dieser Bereich der Ernährung komplett nicht berücksichtigt wird und man sogar durch das Essen, was man im Krankenhaus bekommt, Mangelerscheinungen bekommt und eigentlich gar nicht das bekommt, was der Körper an Nährstoffen braucht, um wieder gesund zu werden. Auch denken wir an das Medizinstudium. Da wird überwiegend Fokus und Schwerpunkt auf die Biochemie für die Pharmakologie gelegt. Aber nicht auf diese Dinge, die Ellen hier offenbart wurde, auf diese Aspekte des Lebensstils. Wenn das Berücksichtigung finden würde, würden eine Vielzahl von Krankheiten ausgemerzt werden. Und genau diesen Lebensstil übersehen wir immer und immer wieder, belassen ihn so, wie er ist und geben einfach irgendwelche Pillen zum Essen. Dennoch müssen wir sagen, nachdem wir all dies besprochen haben, dass die Ernährung nicht alles ist. Vielmehr ist es der Lebensstil, der insgesamt zählt. Dazu schreibt sie, Tabak, in welcher Form auch zu sich genommen, ist ein langsames Gift. Es beeinflusst das Gehirn und betäubt die Sinne, sodass der Geist geistliche Dinge nicht klar wahrnehmen kann. Solche, die Tabak nehmen, können kein gutes Gewissen vor Gott haben, indem sie dieses praktizieren, können sie Gott nicht durch ihren Körper und Geist, welche sein Eigentum sind, verherrlichen. Das heißt, Tabak schadet dem Körper und Tabak sogar trübt die Sinne und betäubt die Sinne und ist nach ihrer Aussage ein Gift. Für uns heute ist das mittlerweile, weil die Welt auch das bereits verstanden hat, nicht mehr neu. Damals war es ein Novum. Damals wurde Tabak vom Arzt verschrieben, wurde als Arznei eingesetzt und zwar, wie paradox, aus heutiger Sicht bei Lungenerkrankungen. Tabak ist ein Gift, sagt sie, der hinterlistigsten und böswilligsten Art, welches zuerst eine erregende, dann eine lähmende Wirkung auf die Nerven des Körpers hat. Es ist überaus gefährlich, da es langsam, aber stetig auf den Körper wirkt und dies anfänglich kaum wahrnehmbar. Scharen sind seinem giftigen Einfluss als Opfer erlegen. Sie haben sich selbst durch dieses Gift langsam getötet. also Tabak wäre ein tödliches Gift. Seit dem 1. Oktober 2003 steht das mittlerweile auf jeder Verpackung. Es hat damit 140 Jahre gebraucht, nach dem Sehen dieser Vision, dass die Menschen auf diesen Zug, dass die Welt auf diesen Zug aufgesprungen ist und das erkannt hat in seiner Gänze. Das heißt, die Welt brauchte 140 Jahre länger. Würden wir Gott vertrauen, würden wir der Inspiration vertrauen, hätten wir mindestens allein schon bei dieser Sache einen zeitlichen Vorteil von 140 Jahren. Auch warnte sie vor schwarzem Tee und auch vor Kaffee. Was hat es damit auf sich? Könnte es sein, dass wir jetzt an eine heilige Kuh ran müssen und eine heilige Kuh schlachten? Kaffee und Tee wirken anregend. Ihre Wirkung lässt sich mit der des Tabaks vergleichen. Aber ihre Wirkung ist milder. Solche, die davon Gebrauch machen, denken, sie könnten nicht ohne sie, da sie sich so schlecht fühlen, wenn sie diese nicht haben. Wenn sie dann von diesen Reizstoffen lassen, werden sie von Schwindel, Kopfschmerzen, Benommenheit, Nervosität und Reizbarkeit geplagt. Das heißt, dieses Licht musste damals letztlich im Glauben angenommen werden, weil die Menschen gar nicht diese biochemischen Vorgänge, von denen hier die Rede letztlich ist, die dahinter stecken, hinter der Warnung, die hier gegeben wurde, von diesen biochemischen Vorgängen gar nichts wussten. Der Punkt ist aber der, dass Kaffee Koffein enthält. Und Koffein führt zur Freisetzung von Adrenalin im Nebennierenmark. Und Adrenalin versetzt den Körper in Stress und bewirkt auch eine Verminderung des beruhigenden Serotonins. Deswegen haben wir diese aufpeitschende Wirkung, die wir mit Kaffee assoziieren, die wir auch häufig haben wollen. Somit folgen Reizbarkeit und Anspannung und daraufhin dann über die Zeit letztlich Erschöpfung. Dann wird, weil diese Wirkung dieser Droge nicht mehr ausreicht, mehr von der Droge nötig. Das heißt, wir brauchen eine höhere Dosierung an Kaffee, um wieder zu mehr Leistung bewegt zu werden. Wir sprechen heute bei diesem Phänomen der Kaffeesucht von dem Koffeinismus. Schauen wir uns das genauer an. Koffeinismus ist ein Zustand von chronischer Vergiftung, der aus einem exzessiven Konsum von Koffein entsteht. Koffeinismus verbindet eine körperliche Abhängigkeit, typisch für eine Droge, mit einer großen Bandbreite sich sogar auf die Psyche auswirkende Effekte, so vor allem Angstzustände, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Depressionen und Erschöpfung. Was für einen hohen Preis haben wir zu bezahlen für diese kurzfristige, leistungssteigernde, wachmachende Wirkung? Wir haben all diese Symptome gerade gelesen. Und das ist alles die Wirkung, die typische Wirkung einer Droge. Das heißt, wir kommen in diese typische Kaffeeerschöpfung und das ist die Adrenale Erschöpfung, weil die Nebenniere nicht mehr hinterherkommen, uns über Stresshormone, die ja physiologisch auch ausgesendet werden, ausgeschüttet werden, uns wirklich auf hohem Leistungsniveau, wie es gesund für uns wäre, zu halten, weil wir zu viel davon Gebrauch gemacht haben, durch den Gebrauch von Kaffee. Die Begründung ist, dass anfangs die Nebennieren übermäßig stimuliert werden und später dann letztlich erschöpfen. Und genau über dieses Phänomen schreibt der Arzt Ralph Golan, Kaffee zwingt die Nebennieren dazu, Adrenalin auszuschütten, selbst dann, wenn sie kaum noch etwas ausschütten können. Daher müssen sie tiefer und tiefer graben, was sie zunehmend erschöpft. Über die Jahre benötigen sie immer mehr Koffein, um den gleichen Effekt erzielen zu können. Einige Menschen erreichen den Punkt, an dem sie ein halbes Dutzend oder mehr Tassen Kaffee am Tag trinken und sie dadurch trotzdem nicht mehr wach gehalten werden. Das ist bereits eine schwerwiegende Nebennieren Erschöpfung. Und weiter mit anderen Worten, Koffein wirkt sich auf den Körper wie jede andere Droge aus. Man beginnt damit, diese ein wenig zu konsumieren, bis der Körper eine Toleranzgrenze entwickelt hat, Anschließend benötigt man mehr, um dasselbe Ergebnis zu erzielen. Schließlich gelangt der Organismus an einen Punkt, an dem er nicht mehr ohne diese Droge funktioniert. Bekommt er sie nicht, verspürt er Entzugserscheinungen. Und in einer Enzyklopädie lesen wir dazu weiter, Koffein ist die meistgenutzte Droge der Welt. Studien zeigen auf, dass Abstinenz von der Droge Entzugserscheinungen wie Erschöpfung, Kopfschmerzen, Benommenheit bereits nach 24 Stunden auftreten lassen und bis zu einer Woche andauern können. Die meistgenutzte Droge der Welt, bisher dachte ich bei Drogen immer an Heroin, Kokain, Amphetamine, aber jetzt heißt es hier, dass das, von dem so viele von uns jeden Morgen Gebrauch machen, dass auch das eine Droge ist und das sogar die am häufigsten genutzte Droge, obwohl wir immer vielleicht etwas abwertend auf andere geschaut haben, die diese harten Drogen nehmen, konsumieren wir die leichten Drogen aber jeden Tag? Durch Koffein kommt es auch zu Verlust der Leistungsfähigkeit. Schauen wir uns das genauer an. Weil Koffein durch die Steigerung der ATP-Produktion dem wichtigsten Baustein der Energieproduktion im Körper das Energielevel anhebt, sagen manche Experten, dass eine chronische Stimulierung des Systems den Körper langsam auszehrt. Dies ist vergleichbar mit einer exzessiven und übermäßigen Bewirtschaftung vom Ackerland, welche dasselbe irgendwann komplett unbrauchbar macht. Das heißt, wir hätten erst die Leistungssteigerung und dann die Erschöpfung. Dies waren, was wir gerade gelesen haben, lediglich die Wirkungen des Koffeins. Der Punkt ist aber der, dass Kaffee noch viele weitere Inhaltsstoffe enthält, die letztlich zusätzlich zu der Wirkung des Koffeins noch bewirken, dass wir übersäuern durch Kaffee, dass die Funktionsweise des Immunsystems beeinträchtigt wird, durch Kaffee, dass die Potenz gestört wird, durch Kaffee, dass der Schlaf gestört wird, durch Kaffee. Wie sieht es aber aus mit schwarzem Tee? Also gut, starke Drogen, okay, wegen meiner Schweinefleisch, wegen meiner auch Fleisch generell, aber zumindest, also schwarzer Tee wird doch jetzt wohl nicht tabu sein. Die Inhaltsstoffe des schwarzen Tees sind auch wiederum Koffein, wie übrigens auch ohne es jetzt groß anzuschneiden, auch grüner Tee auch Kakao und damit Schokolade Koffein enthält. Das heißt, wenn Kaffee tabu sein müsste, müssten eigentlich auch beispielsweise unsere so sehr geliebte Schokolade tabu sein. Früher wurde der Koffein im schwarzen Tee als Teein bezeichnet. Mittlerweile aber, weil diese Stoffe komplett gleich aufgebaut sind, sind wir davon abgekommen und sprechen nun wieder des Koffeins auch im schwarzen Tee. Tee enthält zusätzlich im Vergleich zum Kaffee einige Gerbstoffe und das Koffein bindet daran, was bewirkt, dass die Wirkung länger anhält, weil dieses Koffein langsamer ans Blut ans Blut abgegeben wird. Das heißt, das ist letztlich der einzige Unterschied zwischen dem Koffein im Kaffee und dem Koffein im schwarzen Tee. Neben dem Koffein im schwarzen Tee enthält es noch Theobrimin und auch Theophilin. Das sind weitere zusätzlich stimulierende Substanzen, die darin noch enthalten sind. Die dann bewirkt, weil auch die haben ihre Effekte, auch die haben ihren Preis, dass Vitamine und Spurenelemente stärker verbraucht werden im Körper, als wenn wir von diesem schwarzen Tee keinen Gebrauch machen würden. Das heißt, Tee und Kaffee wirken stimulierend und schaden der Gesundheit. Als nächstes würde sie dann Aussagen auch über Medikamente treffen. Schauen wir uns das genauer an. Dazu heißt es, es wurde mir dass durch die Einnahme von Medikamenten mehr Menschen wie bitte gestorben sind als durch alle anderen Ursachen zusammen. Das sagt sie unter göttlicher Inspiration. Wenn es nur einen Arzt anstelle von 1000 Ärzten geben würde, würde eine große Anzahl vorzeitiger Todesfälle verhindert werden. Ist es nicht so, dass wir heute Medikamente einsetzen zur Behandlung von Krankheiten? Jetzt sagt aber Alan White durch göttliche Inspiration, dass diese Medikamente die häufigste Todesursache sind. Also nicht nur zur Krankheit führen, sondern sogar über Krankheiten zum Tod führen. Das wäre komplett den Nutzen, das Wofür sie angeblich designt wurden, einmal umgekehrt. Das heißt, Medikamente wären damit tödlicher als Schlaganfälle, tödlicher als Krebserkrankungen, tödlicher als Verkehrsunfälle, Operationen, womöglich als all diese Ursachen zusammen? Durch unzählige Ärzte und unzählige Medikamente werden die Einwohner der Erde verflucht und wurden Tausende und Zehntausende vorzeitig ins Grab abgebracht. Man ruft nach einem Arzt, der ein Medikament verschreibt, welches vorübergehende Besserung bringt, aber die Ursache nicht behebt. Und wir fragen uns, ist dieser Standpunkt nicht zu extrem? Wir müssen dazu berücksichtigen, dass die Medizin damals anders gestrickt war. Nicht komplett, dazu komme ich gleich, aber anders etwas gestrickt war. Krankheiten mussten damals aufgebrochen werden, wie es so schön hieß. Medikamente waren höchst toxisch, waren giftig. Teilweise kam Quecksilber in diesen Medikamenten mit vor. Man gab es absichtlich, um die Heilung zu bewirken. Auch wissen wir, dass die Ausbildung der Ärzte schlecht war. Das war häufig nicht mehr als ein Rundgang, als eine kurze Ausbildung. Auch die Bedeutung der Hygiene war weitestgehend unbekannt. Das heißt, sie hatten letztlich abstruse Ansichten über den Körper und auch über die Krankheitsursachen. Vielleicht ein Punkt zur Hygiene. Tausende Kinder starben damals direkt nach der Geburt. Warum? Weil die Ärzte von der Leichenhalle zu den Geburtsräumen geeilt sind. Und die Hygienevorstellungen von Ignaz Semmelweis wurden von seinen ärztlichen Kollegen als Zitat spekulativen Unfug bezeichnet. Und daher müssen wir feststellen, dass die heutige Medizin mit der damaligen nicht viel zu tun hat. Aber dennoch haben wir weiterhin unsere Schwächen und haben gewisse Fehler bis heute nicht mal ansatzweise korrigiert, sondern einfach über die Jahrzehnte mit uns herumgeschleppt. Wir lesen dazu, der Fortschrittsglaube in Deutschland ist hoch. So hoch, dass viele Menschen ihn mit ihrem Leben bezahlen. Sie nehmen Medikamente ein, von denen sie glauben, dass sie ihnen gesundheitlich helfen oder ihr Leben verlängert. Doch das Gegenteil ist der Fall. Magen-Darm-Blutungen, Leberversagen oder Herzinfarkt als Nebenwirkung. Denn die eingenommenen Präparate treten miteinander in gefährliche Wechselwirkung. Studien gehen davon aus, dass zwischen 25.000 bis 58.000 Patienten jedes Jahr in Folge dessen, also nur an dieser Folge sterben. so kritisiert Professor Andreas Sönnigsen, Leiter des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Witten Herdecke, fast ein Drittel der Medikamente werden ohne Evidenzbasis verschrieben. Das heißt, dass es keinen wissenschaftlichen Nutzen, keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Nutzen gibt. Eine Studie, an der 169 Patienten teilnahmen, die er gerade abgeschlossen hat, bringen schockierende Zahlen ans Licht. Über 90 Prozent der Patienten bekommen mindestens ein Arzneimittel unbegründet. 37 Prozent der über 65 Jährigen nehmen Medikamente ein, die für ältere Menschen nicht geeignet sind. Er beklagt eine solch gefährliche Überbehandlung. Vor allem Beta-Blocker, Cholesterinsenke, Antidepressive, Angstlöser und bestimmte Diabetesmittel würden häufig unbegründet verschrieben. Am Beispiel Cholesterinsenker verdeutlicht der Wittener Lehrstuhlinhaber das Problem. Viele Menschen wird einen Lipidsenker verschrieben, um das Risiko für einen Herzinfarkt zu senken. Bei 100 Patienten verhindert man dadurch innerhalb von zehn Jahren fünf Herzinfarkte. 75 von ihnen hätten statistisch bewertet ohnehin keinen bekommen und 20 von ihnen bekommen ihn trotz der Behandlung mit dem Medikament. Während also eine Handvoll von Menschen vor dem Herzinfarkt bewahrt wurde, haben aber der Großteil der Patienten das Medikament mit allen seinen Nebenwirkungen und negativen Folgen eingenommen. Die Heilung erfolgt letztlich durch den Lebensstil. Das heißt, wenn die Ursache angegangen wird und das bringt aber keinen Gewinn. Niemand verdient groß etwas, wenn der Lebensstil des Patienten angegangen wird. Seltenst ist es, dass wenn überhaupt jemand gesund wird und zwar im richtigen, im echten Sinne gesund wird durch Medikamente, weil Medikamente die Ursache nicht angehen, aber damit wird der große Gewinn gemacht und letztlich sogar der falsche Lebensstil zementiert. Und kann das die Sache mit dem Gewinn der Grund sein, warum wir den Menschen gar nicht hinsichtlich der wahren Ursache der Krankheiten helfen? Weil es andere Medikamente einsetzen, obwohl nicht hilfreich, einfach viel mehr Ertrag, viel mehr Geld abwirft. In deutschen Apotheken werden um die 70.000 Medikamente angeboten und die WHO geht davon aus, dass ca. 300 Grundstoffe davon wirklich nötig sind. Krankheiten können niemals durch Medikamente geheilt werden. Sie verändern, schreibt Ellen White, nur die Art der Krankheit und seinen Sitz. Durch die Natur allein kann Genesung gefunden werden. Und wie viel besser könnte sie ihre Aufgaben erfüllen, wenn man sie ihre Arbeit tun lassen würde? Aber dazu kommt es selten. Diese Erkenntnis von göttlicher Inspiration, und selbst so viele Jahrzehnte später, würde zum schlagartigen Einbruch der Aktien der Pharmaindustrie führen, wenn sie sich wirklich durchsetzen würde. Und die Frage ist, wie glaubwürdig sind all diese Aussagen? Wir wissen, sie sind zu 100% glaubwürdig. Die Medizin damals hat mit der Medizin heute in vielen Bereichen nichts mehr zu tun. Sie weist mittlerweile große Unterschiede auf. Aber der Punkt ist der, dass viele Missstände geblieben sind. Auch diese einseitige Ausrichtung auf Medikamente ist bis heute de facto unverändert. Das heißt, deswegen gelten ihre Aussagen auch in weiten Bereichen für die Medizin heute. Durch Medikamente wird zusätzlich noch eine Last auf den Körper gelegt. Und zwar Nebenwirkungen, dann die Wechselwirkungen, dann häufig ist falsch dosiert, dann wird das falsche Medikament mit unter eingesetzt, dann wird es zu lange gegeben und wie sieht es aus mit falschen Medikamenten Kombinationen. All dies belastet den Organismus zusätzlich in seinem Bestreben wieder gesund zu werden. Wenn nämlich die Natur unter der Doppelbelastung ihre Aufgabe erfüllt hat, also krank gewesen zu sein und dann mit Medikamenten angegangen zu haben und der Patient wieder gesund ist, erhält der Arzt die Anerkennung. Aber wenn die Natur nicht mehr im Stande dazu ist, das Gift schreibt sie, aus dem System zu schleusen, sodass der Patient stirbt, so sieht man dies dann als besondere Vorsehung an. Das heißt, der Patient muss mit der Krankheit selber, aber auch mit der verordneten toxischen Medizin klarkommen. In diesem Sinne spricht sie von einer Doppelbelastung. Ohne Arzneien würden viele Menschen, wenn sie einen Lebensstil rangehen würden, viel früher gesund werden, als dass wir mit Arzneien die Ursache nur unterdrücken und die Symptome unterdrücken und gar nicht an wahrer Heilung interessiert sind. Welche Alternativen gibt es nun zu den konventionellen Arzneien? Wenn man die natürlichen Heilkräuter, sagt sie unter göttlicher Inspiration, und Heilpflanzen verwenden würde, bräuchten viele Familien, jetzt dieser schöne Satz, nach dem Arzt kaum früher rufen als nach einem Rechtsanwalt. Wann haben wir das letzte Mal nach einem Rechtsanwalt gerufen? Das wird vermutlich schon einige Zeit her gewesen sein, wenn überhaupt. Ich kann euch kein Verzeichnis von völlig unschädlichen Medikamenten liefern, schrieb sie zur damaligen Zeit, die Ärzte heutzutage zusammenstellen und verordnen. Damals müssen wir wissen, gab es weniger Medikamente. Damals war es auch so, dass die Wirkung der Medikamente gröber war, weil die Biochemie nicht bekannt war und deswegen auch womöglich toxischer. Wir hatten bereits über auch Schwermetalle in den Medikamenten gesprochen. Heute gibt es deutlich mehr Medikamente. Sie sind feiner abgestimmt, weil uns die Biochemie bekannt ist und sie sind aber dafür womöglich auch nachhaltiger im Eingriff in dieses feine Körpergefüge. Denken wir beispielsweise auch an Impfstoffen, die auch sehr stark in dieses feine Gefüge eingreifen. Heute mitunter werden sogar Impfstoffe, spricht man von Impfstoffen, obwohl es in Wahrheit eine Gentherapie ist. Aber wer würde sich impfen lassen, wenn man das so postulieren würde, so aussprechen würde, dass sie es mit einer Gentherapie, also ein Eingriff in den Zellmechanismus und dort in den Replikationsapparat zu tun haben. Denken wir auch heute an die Impfstoffe, wo selbst mittlerweile Jungen geimpft werden gegen Gebärmutterhalskrebs. mit der Begründung, ja, sie könnten ja auch humane Papillomaviren haben, diese beim Geschlechtsverkehr übertragen und dann bei dem Mädchen, bei der Frau diese Krankheit auslösen. Ist es nicht vielleicht vielmehr so, dass wir alle möglichsten Gründe finden, diese Therapien anzuwenden, unabhängig von der eigentlichen Ursache? Letztlich imitiert Satan Gottes Werk. Und Gottes Apotheke, das ist jetzt auch nicht althergeholt, das ist bis heute der Fall, sind die Heilkräuter und die Heilpflanzen. Und davon gibt es unzählige. Und Gott hat in all diese eine gewisse Wirkweise, je nachdem, was wir gerne hätten, hineingelegt. Satan hingegen kopiert das mit dem Medikamentenschrank, mit all diesen toxischen Arzneien, die es auch in unzähliger Variabilität und Vielfalt mittlerweile gibt. Würden wir nach Gottes Apotheke Ausschau halten, würden wir wahre Gesundheit bekommen können. Satans Apotheke hingegen ist nicht auf Gesundheit ausgelegt, seine Apotheke ist auf Gewinn ausgelegt. Und das müssen wir uns immer berücksichtigen, wenn wir überlegen, irgendwelche Medikamente einzunehmen. Ein Exempel von vielen Exempeln denken wir an den Einsatz von Hormonen. Wirklich gesunde Hormone, weil wirklich vor allem Frauen auch einen Hormonmangel haben können, denken wir an die Östrogendominanz, wo zu wenig Progesteron vorhanden ist, wäre der Einsatz von bioidentischen Hormonen, die zu 100% dem Original des Körpers entsprechen. Das Problem ist, dass diese nicht eingesetzt werden von der Medizin, die doch vorgibt, nur an unserer Gesundheit interessiert zu sein, und zwar aus dem Grund, weil man für diese bioidentischen Hormone kein Patent anmelden kann. Ich kann ja kein Patent kriegen für die Kopie des Originals im Körper. Ich muss es immer erst verändern und dann kann ich es als etwas Neues als Patent anmelden. Das heißt, über bioidentische Hormone mache ich keinen Gewinn, weil es keinen Patent gibt. Also macht man sich daran, sie zu verändern, die Wirkweise damit zu verändern. Jetzt erstmals können Nebenwirkungen auftreten und das nennen wir dann synthetische Hormone, die werden zufälligerweise jetzt massiv trotz der Nebenwirkung, trotz dieser billigen Kopie des Originals eingesetzt, weil dafür gibt es ein Patent und damit das sind richtige Blockbuster, da macht man mit Milliarden Gewinne. Geht es also nur dieses eine Beispiel um Gesundheit oder um Gewinn? Wenn sich der Körper dazu entschlossen hat, seinem Körper zur Genesung zu verhelfen und gleichzeitig klugen Gebrauch von Wasser Anwendungen schreibt sie weiterhin neben Heilkräutern Macht werden die Medikamente ihren tödlichen Schrecken verlieren. Aber der Gebrauch von Wasser wird nur wenig bewirken, wenn der Patient jetzt geht sie noch weiter. Nicht die Notwendigkeit sieht, eine strikte Ernährung zu befolgen. Viele leben in Übertretung zu den Naturgesetzen und die ihre Gewohnheiten im Essen, Trinken und Arbeiten mit ihrer Gesundheit haben. Das heißt, Gottes Heilmittel sind Wasser Anwendungen, sind die richtige Ernährung, sind die Gewohnheiten unser Lebensstil und das alles implementiert eine hundertprozentige kausale Therapie. Aber mit diesen Dingen ist kein Gewinn möglich. Und vor allem der Patient kann wirklich gesund werden. Und mit einem gesunden Patienten kann ich ja auch wiederum kein Gewinn machen. Am meisten Gewinn macht man jetzt rein, wenn man es böse zu Ende denken würde, ohne es irgendjemand vorzuhalten, mit einem kranken Patienten über Jahre immer weiter therapieren, immer weiter Medikamente einsetzen. An einem genesenen, gesunden Patient kann man nichts verdienen. Medikamente bewirken auch nicht, dass die Naturgesetze eingehalten werden. Daher können sie von ihrer Wirkweise und von dem, was wir wissen, woher Krankheiten kommen, überhaupt keine Gesundheit schaffen und schenken. Die praktischen Ärzte legen natürlich großen Wert darauf, dass ihre oft zweifelhaften Mixturen auch zur Anwendung kommen. Ich Ich bin entschieden dagegen, zu solchen Mitteln Zuflucht zu nehmen. Sie heilen niemals, schreibt hier der Geist der Weissagung. Vielleicht ändert sich das äußere Erscheinungsbild oder aber etwas noch Schlimmeres wird hervorgerufen. Bedenken wir, die heutige Medizin verfügt über unglaubliche Erkenntnisse. Diese könnten so sehr zum Guten und wirklich zu unserer Gesundheit in Extremsituation eingesetzt werden. Aber die Frage ist, wofür werden sie eingesetzt? Werden sie für die Gesundheit eingesetzt oder werden sie eingesetzt, ständig neue Dinge herauszubringen, die dann noch mehr zur Bereicherung von irgendwelchen Firmen führt? Die heutige Medizin ist korrumpiert durch die Profitgier. Das zeigen zahlreiche Beispiele aus unserer Zeit und der nahen Vergangenheit. Und trotzdem möchte ich hier darauf hinweisen, um ein ausgeglichenes Bild zu liefern, dass es Ausnahmen gibt. Denken wir beispielsweise an die Diagnosemöglichkeiten, die wir heute haben. Wir können heute Blut abnehmen und eine genaueste Blutdiagnostik durchführen. Wir können CTs, MRTs, Röntgen, wenn es sein muss, Ultraschalluntersuchungen durchführen, um eine richtige Diagnose zu bekommen. Und damit kann ich die richtige Therapie finden. Und damit ist es viel wert, über diese Verfahren richtig eingesetzt, eine Diagnose zu bekommen. Aber Achtung auch hier vor der Überdiagnose. Eine Überdiagnose ist, dass ich Dinge entdecke, die mir nie geschadet hätten, die mich nie krank gemacht hätten, die mich auch nicht umgebracht hätten, aber man setzt dort an und fängt auch diese Dinge an zu therapieren. Das ist eine Überdiagnose. Denken wir an einen weiteren Punkt, der sinnvoll und ein Segen ist in der modernen Medizin, die Notfall- und Akutmedizin. Wie häufig wurden Leben schon gerettet und wir vor schweren Schäden bewahrt durch Arbeitsunfälle, durch Verkehrsunfälle? Denken wir an die Blinddarmentzündung, wie es der Volksmund sagt, die Appendizitis, die früher im Mittelalter als Seitenkrankheit bezeichnet wurde. Denken wir anaphylaktischen Schock, wo uns schon häufig durch ein entsprechendes Gegenmittel, ein Antihistaminika oder Cortison, Adrenalin, das Leben gerettet wurde. Denken wir auch in Extremsituationen an Bluttransfusion, wo auch das Leben gerettet werden kann. Diese Dinge machen Sinn. Und denken wir zum Schluss auch an die Chirurgie. Die ist ein echtes Handwerk und kann zum Segen sein. Denken wir an die Gefäßchirurgie, die Menschenleben retten kann, an die Herzchirurgie, wenn irgendwelche Klappenfehle existieren, an die Orthopädie, an die Unfallchirurgie, an die Kinderschirurgie, wo diesen kleinen Lebewesen häufig geholfen werden konnte, wenn irgendwas nicht richtig gebaut war oder irgendwas zu Schaden gekommen ist. Das heißt, hier können Krankheiten behandelt werden, Verletzungen behoben werden, Fehlbildungen behoben werden, Repositionen vorgenommen werden, wo irgendwelche Organe wieder in die richtige Position gebracht werden. Das ist alles echte Chirurgie und das ist auch heute ein Segen für die Menschheit. Aber auch hier wieder Achtung vor Übertherapie. Übertherapie ist, man therapiert etwas, was der Therapie gar nicht bedurft hätte. So geht man heute davon aus, dass 80 Prozent der Rückenoperationen unnötig sind, aber nun mal irgendwo hin beeindruckend, wie Ellen gezeigt wurde, wie Kellogg, John Harvey Kellogg, der auch ein guter Chirurg war und damit ein Segen für seine Zeit war, wie sie gesehen hat, wie Engel an seiner Seite gestanden haben, bei schweren Operationen und seine Hände geführt haben. Das heißt, diesen Bereich der Medizin ist der Bereich, den Gott auch segnet. Und damit gibt es auch heute noch Bereiche, die Gott segnet in der Medizin. Wir ganz grob über Bord werfen und das Kind mit dem Bade ausschütten. Wir lesen weiter, viele von denen, die solche Arzneimittel verschreiben, würden sich hüten, diese Mittel bei sich selbst oder ihren Kindern anzuwenden. Das ist der Test. Wenn sie mehr über den menschlichen Körper wüssten und mehr von dem fein abgestimmten zusammenwirken, all seine Funktionseinheiten verstünden, würden sie erkennen, wie wunderbar, aber auch verwundbar dieses System ist. Deshalb sollten solche starken Mittel dem Organismus nicht mal in kleinsten Mengen, schreibt sie, gegeben werden. Unser Körper ist ein System Millionen kleinster aufeinander abgestimmter Regelwerke. Und Gott ist es letztlich, und er ist der Einzige, der diese kleinen Regelwerke, weil er sie geschaffen und ineinander verzahnt hat, der sie überblicken kann. Deswegen ist er es auch, der diese Dinge steuern kann und weiß, was uns helfen kann dabei. Und Gott ist es, der all diese Regelwerke, diese kleinen Verzahnungen überhaupt überblickt, weil er uns ja damit geschaffen hat. Er stellte sie aufeinander ein. Ellenwald schreibt weiter über die Heilmethoden Gottes, dass diese auch in unseren Institutionen angewandt werden sollten. Dazu heißt es, wir vertreten unseren Sanatorien den Gebrauch von natürlichen Arzneimitteln. Deshalb wehren wir uns auch gegen die Verwendung von Medikamenten, die den Blutkreislauf mit giftigen Substanzen belasten. In unseren Gesundheitseinrichtungen sollte man den Patienten auf einfühlsame Weise zeigen, wie man sich richtig ernährt, welche Getränke man meiden soll, wie man sich zweckmäßig kleidet. Kurz, was man selber tun kann, um sich gesund zu halten. Gesundheit ist wirklich die Folge von unseren Entscheidungen. Und der Punkt ist der, dass kein Therapeut diese Entscheidungen uns abnehmen kann. Und damit liegt Gesundheit zum großen Bereich in unserem Handlungsbereich. Letztlich schrieb sie auch, wenn wir uns diesen letzten Punkt Nummer 9 angucken, über die Medikamente, schrieb sie aber auch noch über die Hygiene. Gehen wir auch da noch zum Schluss etwas drauf ein. Mir wurde gezeigt, dass eine große Anzahl an Leiden verhindert werden könnte, wenn alle die Naturgesetze strikt befolgen würden. Der Hygiene kommt hier eine große Bedeutung zu. Viele halten sich und ihre Kleidung nicht sauber. Die Verunreinigungen werden konstant über die Poren der Haut ausgeschieden. Und wenn die Haut nicht reingehalten wird, wird der Körper erneut mit diesen Stoffen belastet. Das heißt, über die Schweißdrüsen eliminiert der Körper Giftstoffe. Das heißt, wir schwitzen zur Temperatur, zur Thermoregulation, aber wir schwitzen auch um uns zu entgiften. Und das Problem ist, dass wenn dieser Schweiß mit den Giftstoffen auf der Haut bleibt, werden sie irgendwann rückresorbiert und belasten den Körper, den Organismus auf ein neues. Weshalb wir regelmäßig duschen, auch ruhig regelmäßig ein Bad nehmen sollten. Hier wären auch basische Bäder zu empfehlen, über die wir uns entgiften, über die wir gebundene neutralisierte Säuren ausscheiden können. Mitunter kann so ein Bad ein, zwei Stunden dauern. Der pH-Wert muss richtig eingestellt werden und dann kann man darüber endlich mal die Säuren aus dem Körper leiten, noch bevor man irgendwelche entgiftenden Tees trinkt, wäre die Empfehlung. Auch Bürstungen würden dazu führen, dass die alten Hautschippchen heruntergetragen werden. Man könnte basische Anwendungen insgesamt durchführen und man könnte auch viel trinken und auch zum richtigen Zeitpunkt nach den Bädern entgiftende Tees trinken. Weitere Aspekte der Hygiene, die Ellen White betont hat, weil sie dem damaligen Zeitgeist widersprochen und die Menschen davon nichts gewusst haben, war, dass sie auch gesagt hat, dass die Räume gut belüftet sein sollten, vor allem nachts, wo viele die Fenster zumachten, aus Angst durch die Luft in der Nacht krank zu werden. Da war richtig Aberglaube vorhanden. Auch am Morgen sollten die Schlafzimmer gut ventiliert werden, die Bettsachen sollten ausgelüftet werden. Auch wurde offenbart, dass die Räume durchflutet werden sollten. Die damalige Sitte war, dass die Räume dunkel gehalten wurden, damit die schönen Möbel nicht verblassen würden durch die Sonne. Auch ist es so, dass die Raumluft häufig zu feucht und abgestanden war. Deswegen empfahl sie generell das Fenster regelmäßig zu öffnen. Und zwar wie gesagt vor allem auch in der Nacht. Also der zehnte Punkt persönliche Reinlichkeit sind für eine gute Gesundheit unabdingbar. Und ihr Lieben, das war das Licht vom 6. Juni 1863. Für die damalige Zeit eine komplette Revolution, ein komplettes Umdenken und bis heute sind wir, du und ich, sicherlich in einen oder mehreren dieser Bereiche nicht ganz auf der Zeit und handelnd nach der Vorsehung Gottes, wie Gott es sich wünschen würde, weil er hat uns diese Dinge ja gegeben, damit wir sie umsetzen. das heißt, folgende Bereiche wurden abgedeckt mit dieser Vision, der Einfluss der Ernährung, siehe Fleisch und so weiter, der Einfluss des Lebensstils, siehe Rauchen, Appetit, dann wie viele Mahlzeiten, der Einfluss der Umgebung, dass Reinlichkeit wichtig wäre, frische Luft, lichtdurchflutete Räume, der Einfluss vermeintlicher Heilmittel zur damaligen Zeit, nämlich Medikamente, und ihr wurde sogar offenbart, der pränatale Einfluss. Das war damals komplett neu, dass es vorgebotliche Einflüsse gibt, die, je nachdem wie die Mutter lebt, wie die Mutter denkt, wie die Mutter im Stress ist, wie die Mutter sich ernährt, dies das noch Ungeborene in seiner Entwicklung, in seinem Charakter, in seiner Gesundheit, mit der er später auf die Welt kommen würde, beeinflussen würde. Das war komplett neu zur damaligen Zeit. Die Vision war damit entgegen dem damaligen Trend und beseitigte komplett einmal die falschen Ansichten, die es gab. Für manche mögen diese Dinge zu streng sein. Der Punkt ist aber der, dass Ellen nur ihre Pflicht tat. Und Ellen hat lediglich das kostbare Licht weitergegeben, was Gott ihr gegeben hat. Und Gott gibt uns dieses Licht nicht, um uns das Leben schwer zu machen, sondern Gott hat uns das Licht gegeben. Und es scheint noch stärker bis zum heutigen Tag, damit wir Gesundheit daraus erlangen können, weil Gottes größter Wunsch ist, dass wir selig, geistlich, geistig, aber auch körperlich geheilt werden. und es scheint nicht, um das das ist, Untertitelung des ZDF, 2020